Welchen Server bist du? Hey Leute, was geht? Du bist so ein Opfer junger Gamer ohne Hobbies Und da die Umfrage so gut ankam, werden wir jetzt mit Let's Plays weitermachen Reicht auch wieder für heute, Tim Und da wir ja schon angefangen haben mit dem Kackspiel hier, machen wir das auch weiter Wo ist die Infestation? Infestation Survivor Stories Welchen Server bist du? EU Server 30, hör mal zu, wenn ich rede, Alter Wieso? Das hilft manchmal Nein, das tut meinen Ohren weh Ja, manchmal hilft es aber auch Weißt du? Weil so hättest du mich nicht noch einmal fragen müssen Und dann hättest du dir meine Stimme ersparen können Stimmt, hast recht, lieber einmal und dann durchhaben, statt zweimal nicht zu hören Genau Du hast das Prinzip gekriegt Wir spielen auf der neuen Map Der Start-Map Neu in Anführungszeichen Naja, ist ja noch relativ neu Und ich laufe hier gerade durch die Gegend und hier ist absolut nichts Also Worsi und GTA sind mittlerweile, finde ich, immer noch die einzigen Spiele Mit Highpoint und Lumpen? Die nicht Pay-to-Win sind Und die immer geile neue Patches rausbringen Worsi wird einfach konstant besser Ja Ah, ich hab ne Night Stalker Ja, okay Da haben wir schon aber nur 14 Schuss Und ne MP7 Bei ner Tankstelle Ohne Scheiß, ich hasse die MP7 Ich hab die so oft gefunden, vor allem wenn du nur noch 40er-Magazine findest oder so'n Dreck Ah, ein mittlerer Rucksack Das geht so dermaßen schnell Ich hab gerade eben vor 5 Minuten mit nichts angefangen Ja, auf der neuen Map findet man einfach viel zu viel Loot ohne Scheiß Das ist nicht normal Das ist wirklich krass Ach, Tütenessen war das Ja geil, Tütenessen ist echt cool Oh, da oben ist irgendwas Bestimmt irgendein Spieler, der mich gleich abknallt Hoffentlich Hier hast du kein Top-Demann Dann warst du auch noch vollkommen wert Warte, ich bin überhaupt noch nicht drin Ich hab halb die Hälfte vom Ladebildschirm geschafft Minisense Alter, hier hat sich jemand aber auch verschanzt Ja, bei der Map ist das immer krass Ich hatte auch mal 3 gegnerische Spieler Ich bin denen natürlich direkt in der Stadt gleich begegnet Und die haben mich abgeknallt Und Nicht unbedingt unauffällig Die kamen zu dritt auf mich zugesprintet Und haben mit LMGs oder Strotflinten geschossen Na, wenn die können, ne? Ja, jedenfalls warst Wir machen die sowas auch Ziemlich laut Ah, da ist noch ne Versack Alter, ohne Mist Na, was ist das? Hättest du, du brauchst ne? Ne leichte Rüstung brauche ich nicht Und du findest derbe schnell Rucksäcke Teddybär-Rucksack Ein Elektroid hab ich ja auch schon recht oft gefunden Ah, ich hab dieses Super-Katana gefunden Ich hab den gefeiert Na, das, was extrem rar ist Es gibt ja normal Katana Und dann gibt es das mit den Totenschädeln an den Seiten Ja Es gibt drei Katana anscheinend jetzt, ne? Drei? Ja, ich hab ja dieses Blaue noch Dieses Wasaki Ach, du hast Wasaki Ja, ich hab Yokomaha Japanisch Bitte da beliebigen japanischen Text einfügen Genau, Alter Ich hab zweimal Wasser ein Liter gefunden Und Kokoswasser Ohne Scheiß Der ein Liter Wasser-Pott Bringt dir weniger als das 375 Milliliter Weniger Du meinst proportional gesehen Oder wirklich weniger Also zeitweilig hat mir der Scheiß wirklich weniger gebracht Ach, du Kacke Wo bin ich denn? 22 Kugeln 22 Kugeln 18 Kugeln Ähm Tim, wo bist du? Ich hab aber noch keine Nahkampfwaffe gefunden Tim Ich bin vollkommen ab vom Schuss Ich bin bei den West Oaks Ja, guck mal, wo ich bin Ich seh nix Auf der Karte Ja Du musst googeln Du wirst noch nicht angezeigt Sag einfach, wo du bist Ähm In Kaliwood Weiter mittig links Ja, dann komm mal her Komm du mal her Wir wollen in die Stadt Ja, ich komm auch sofort Nur ich brauch ne Nahkampfwaffe Weil sonst hab ich wirklich nur Okay, ich hab Mini-Sense Die Night Stalker Du hast Mini-Sense Ja, sehr geil Mhm, ich bin gerettet Damit werde ich Zombies totbrübeln Mit ner Waffe Ach Ich kling nur Waffen, Alter So eine Scheiße aber auch Also ohne Mist Ich hab denn keine Nachkampfwaffe gefunden Was echt ziemlich Schatten sei Super Keine Zombies Erwögen Noch ne Waffe Ja Ne 6th Hour Nice Die ist recht selten Ähm, ich versuch dir irgendwie entgegenzukommen Weil ich lauf die falsche Richtung Ich versuch an den Stadtrand einfach zu kommen, okay? Mhm Ah, hier ist so ein KFC-Restaurant Da findet man oft Waffen Oh, da ist so ein bescheuertes Wannabe-Hatchet-Teil Weißt du? Diese Baudinger Ne Kettensäge Was diese? Baudinger Deine Beschreibungen Die du auf den Servern brauchst Na, 12 Wirst du mich verarschen? Alter Ja Was ist los? Zu viel Gewicht Ich hab ne AA-12 gefunden Scheiß auf die AA-12, Alter Wieso? Die ist doch voll gut Das ist ne Schrotflinte Ja Scheiß auf Schrotflinten Nein Du wirst eh noch aus 1000 Kilometern gezogen Scheiß auf die Doppelflinte Kann ich die AA-12 mitnehmen? Ha Geil Ja, wer nimmt ne Doppelflinte mit? Das war die erste Waffe, die ich gefunden hab, ja? Ja, scheiß drauf Ich lass dir das prinziplich Mein erster Zombie So, wer will die AA-12 einmal hören? Die Doppelflinte, Tim Die Doppelflinte Die bringt noch weniger Der ist nicht tot danach Die ist schon nix weg, warte Das geile bei der Doppelflinte ist Ich hab ne AK-74 Das geile bei der Doppelflinte ist Die ist so laut Wie ne doppelte Schrotflinte halt Say what? Und ja, die Zombies sterben nicht Die Doppelflinte ist richtig Der totale Scheiß Ah, ein Taktikmesser Das nennt mich doch deutlich lieber Als diese beschissene Kettensäge Die Kettensäge ist der größte Scheiß aller Zeiten Man denkt so 100 Kilo schweren tötet nicht Ja, eben Man denkt so Und dann gehst du los Und denkst so Und denkst dir so Ja, das wird mal wieder Der Laufsimulator 2015 gleich sein Weil ich erstmal über den ganzen Hügel hier laufen muss Ich bin's ernsthaft nicht mehr gewohnt Ohne Nachtsichtgerät rumzulaufen Ja, du bist ja jetzt auch voll der Bonze Hier in dem Spiel, ey Stimmt gar nicht Du bist mehr Bonze als ich Uh, laufen Ach, den Zombie fick ich nochmal Das ist auch nur einer Es ist nur einer Und ich hab ne Nahkampfwaffe Ich würd ihn so ziehen Aber ich denk mir Weißt du was Bei mir eben genau dasselbe Hier war ein Zombie Ich nehm meine Pistole Because of reasons Ich nehm die AA-12 Ich glaub die AA-12 ist die stärkste Schrottpflanze Die du kriegen kannst Ähm, 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 ähm Karski Also KT-Decider Ich glaub die ist nicht stärker Ich bin mir nicht sicher Ich seh so dämlich aus, Alter Irgend so ein Vollidiot mit nem mittleren Rucksack Fünfzig Ich seh, Tim Und der Jason-Maske Ich hab ein Boonie Gut, grün Und nen Teddybär-Rucksack Ich bin der Power Ranger mit nem Teddybär-Rucksack Wieso machen die eigentlich Ich ignoriere dich jetzt einfach Den Himmel nicht mal richtig Ich mein Das ist einfach ein Bild Bei der Map ist der Himmel richtig geil Das ist ein Bild Achso, ja Es ist immer der gleiche Himmel Aber ein Bild in HD Nicht wahr Mittlerweile bei der Map Ne, doch Bei der Map schon Windmühlen Ich find das eh so schwachsinnig Ich find das so schwachsinnig Dass du, ähm Dass die Map Qualitativ hochwertiger ist Also von der Grafik her Die könnten die andere Map einfach nachpatchen Machen sie nicht Interessiert die nicht Haben die ja schon mal Ja, sie sieht trotzdem noch scheiße aus Und die haben aber vielleicht einen Bock, das nochmal zu machen, ne? Weißt du, welche Menschen ich mag? Menschen, die die Fresse halten können Menschen, die singen Okay, ich mag tote Menschen Ich hab mich gehört Oh ne, ich hab kein Ausdauer mehr Scheiße Warte, ich hab doch 50 Ah ne, zwei Elektro-Hates Ich muss das echt mal die ganze Zeit machen, bis ich Ich laufe übrigens voll falsch Bis ich In der Map bin Mit Taschenlampe Geil, Alter Geil Oh, ich hab Bock auf Schokolade Oh ja, ne AK-47U Mit 13 Schuss Wow Kannst du dir noch Deswegen laufe ich hier Immer mit Schalldämpfern rum Du findest hier so viele Waffen Aber scheiß Waffen teilweise Immer Schalldämpfer und Visier Digga Und du findest die Waffen Kannst du dich noch an deine erste Waffe erinnern? Oh ja Na, was war's? Ich glaub, ein Kruger-Gewehr Bei mir war's die M1911 Ne, Spaß, ne PKP Nein, noch ein Spaß, ne Mauser Ja, genau Oder die M197, ne Oh, nice, Alter Die FPS droppen bei mir Mhm, freu mich auch schon 4 Also momentan ist es bei 25 Gleich bestimmt nicht mehr, wenn ich in die Stadt geh Oh ja, 17 16 Vielleicht muss ich eine kurze Aufnahmepause gleich machen Und die Grafik mal deutlich runterstellen Es sei denn, es wird funktionieren Nein Nein Na, guck ich mal gleich Und die Frames droppen Ach, da ist eine Autobahn Ah, nice, du kommst von da Das ist ja völlig zugebaut Komm ich da überhaupt rein? Hoffentlich ist es nicht alles voll mit Äh, Zombies und so Wollen wir einfach danach irgendwann in das Stadium gehen? Stadium? Ja, das Stadium, da wo die ganzen 5 Superzombies sind Welches Stadium? Äh, da ist ein riesiges Fußballstadion Fußball weiß ich nicht, aber ein Stadion Ach so Mir ist aufgefallen, wenn du zur Safe Zone willst, sind da ernsthaft Superzombies Bei der Safe Zone? Yep Wow Ne, das habe ich noch nicht gehört Bist du hier mal zur Safe Zone gerannt? Ne Auf der Map? Ach so, ja doch, einmal Aber ich bin auch komplett abseits gelaufen Ja eben, ich bin querfelde eingelaufen Obwohl ich habe irgendwann mal irgendwie was gehört, wo ich wusste, das ist ein Zombie Aber ich wusste auch ganz genau, dass er nicht in der Nähe ist Ja, ich bin nämlich querfelde eingelaufen Ich bin querfelde eingelaufen und da waren Superzombies Ne, super Haha, hier Weißt du, Superzombie Aha, super, super, duper Ha, ihr Pisser Nichts könnt ihr gegen meine Supermacht machen Gegen deine Supermacht Ja, genau Ach Tim Wir müssen auch mal aus deiner Sicht aufnehmen, ne? Aber dein Laptop ist ja scheiße Ja eben, deswegen, ich will einfach meinen scheiß neuen Laptop haben Und dann kann ich Ich spende dir 5.000 Dollar an André Und dann kann er sich Dann ist er um 5% an seinem tollen Laptop näher Ja Du musst jetzt so eine richtig gefakte Kontonummer unten einblenden Die so blinkt Ja, stimmt Das sieht gerade aus, als wäre ich ein Flugzeug und ich würde gerade starten Du bist kein Flugzeug, Tim Nein, also ohne Nein, weil Hör auf, Tim, du bist kein Flugzeug